Yo, Leute, willkommen zur nächsten Folge von... Oh, du isst es, Worn. In der Sommer-Map. Ähm. Ich hole die Warteschlange mal rein. Und mal sehen. Wie will ich mal kämpfen? Okay, wohl, ich danke mal der Suppe und... Ja, Ballabee komplett durch. Scheiße. 15,5. What? What? Nein, nein, nein. Beton-Masher. Gott, das ist ein ewig langer Kampf, glaube ich. Steinschwert und Eisenschwerter. Äh, Eisendrüstung mit. Protection. Oh, easy. 1,5, easy. Ah, war gut. Easy, easy. Bin ich mal in der Warteschlange drin? Ja. Come on. Siegut auf hierher. Tim. Tim. Ja, Leute. Soft-Party. Ne, wir können es mal eben hier. Oder sie. Ich müsste sie sein, nach dem Skinder. Gott. Protection 4. Oh, oh Gott, nein. OP-Äpfel. Ich bin nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Ja, komm mal hier. Komm, kill me. Ich bin mir so scheiße mit OP-Äpfel. Ja. Digga, nein. Ich hasse OP-Äpfel. Warum gibst du um sowas? Ich dachte, ich hätte das mal irgendwie in den Kit-Option mal ausgestellt, irgendwie. Warte, hier. Kits filtern. Verboten. Nach unten, OP-Äpfel. Gibt es nicht was hier? Hier, OP-Äpfel. Verbieten. Gut. Vielleicht wollen wir mal OP-Äpfel reinnehmen. Das war da eben fünf Tage, der Kampf da. Ich glaube, wir empfehlen sie die OP-Äpfel. Na, Digga. Und ich, ich. Na ja. Schwarz-Händler. Ich freue mich, dass es eigentlich geht von X-Reiz-Mod-TV. Kann ich hier von Street King. Ach, verdammt. Da war ich schon wieder im nächsten Kampf drehen. Gegen OP-Äpfel. Auch der hat es schon mal gehabt, ne? Glaube ich. Am Anfang, oder? Und ich von den IG-In-Hops. Oder auch nicht. Na, bin ich mal so schlecht. Besser gekauft hat gerade eben, ne? Ich wollte Street King. 2000. So. Okay. Okay. Ich hatte schon mal ein Jahr rein, ne? Und. Warten. Warten. wir sind gerade nicht so viele Leute online ein bisschen früher, ein bisschen für mich hier an der Zeit hier war Urlaub und bin dann vormittags unterwegs und deswegen ist ein bisschen weniger Urlaub unterwegs hier nee oh Gott scheiße war gar nicht so schlecht verkauft am Ende ich hatte nämlich richtig Jobs, aber nur 3,5 ist auch nicht schlecht für meine Verhältnisse so gegen Big Brain Busty und es wird ein langer Kampf, es wird ein richtig langer Kampf oh Gott ich darf nicht in die Combo rein, Alter scheiße suche ich keine Combo, Alter der Slow, der Slow euch aber auch das war nicht ausgeglichen gerade ah, knapp egal ich würde sagen, was gewesen ist, ich habe euch gefallen was der Pool ist ja noch da aber gewesen und ja, schließlich schauen wir mal gar nicht erst noch rein ciao